Ich wusste in der Schule schon, dass ich Spaß an Mathe hatte, aber ganz sicher nicht einfach nur trockene Mathematik, sondern sollte schon angewandt sein. Maschinenbauer hatte ich schon so ein bisschen erfasst, aber der Name hat mich irgendwie abgeschreckt. Und dann habe ich ein Praktikum bei einem Achterbahnkonstruktor gemacht. Danach war für mich klar, okay, das taugt mir total. Mich hat bei den Achterbahnen immer schon fasziniert, was macht das mit dem eigentlichen Körper Richtung Human Motion, Kinetics und diese ganzen wirklich mehr Richtung Biomechanik. So hat sich das ergeben, dass das Gehirn mich nicht mehr losgelassen hat. Also wenn die Mechanik schief geht während der Entwicklung im Mutterbauch, ist das Gehirn nicht richtig gefaltet und dann gibt es eben neurologische Störungen. Wo wir unterstützen können, ist, dass man MRT-Bilder zusammenbringt mit histologischen Untersuchungen, neuropathologisch und wirklich herausfindet, jetzt sehe ich am Ende das Gehirn, was falsch gefaltet ist. Wo kommt es her? Zum Beispiel ein chirurgischer Eingriff, wo man dann den Teil bei Epilepsie-Patienten entnimmt, der betroffen ist. Und man muss aber natürlich vorher wissen, welcher Teil ist das, weil nur dann ist das Ganze erfolgreich. Ich bin gerne Alumni der FAU, weil die FAU einem wirklich eine Familienzugehörigkeit gibt. Das ist eine tolle Umgebung, um die interdisziplinäre Forschung zu machen mit einer ganz engen Verknüpfung mit Uni, Klinikum und den verschiedenen Fakultäten. Außerhalb der Uni, der Wissenschaft segle ich sehr, sehr gern. Wenn es nach meinem Mann ginge, werden wir definitiv zusammen um die Welt segeln. Das ist die Frage, was verändert sich im Gehirn während des Segels.